Die regionale Struktur der Regionalmedien Austria macht geooptimierte Werbung für Print und Online möglich. Nehmen wir an, ein Autoimporteur mit 27 Vertriebspartnern möchte ein neues Modell bewerben. In der gemeinsamen Planung werden Einzugsgebiete von je 20 Minuten Fahrzeit definiert. So können die relevanten Bezirksausgaben ausgewählt werden, in denen online wie auch in den Zeitungen die Anzeige des Autoimporteurs erscheint. Oder eine Institution aus dem Agrarbereich möchte ein Thema je nach Region unterschiedlich aufbereiten. Durch die Mutation der Anzeigen wird die Botschaft an die jeweiligen Gebiete angepasst. Sie sehen, das Angebot der RMA bringt Ihnen Flexibilität und Individualität bei effizientem Mitteleinsatz. Das unterstützt Sie optimal bei der Erreichung Ihrer Ziele. Kontaktieren Sie uns und profitieren Sie von unserem geooptimierten Angebot.